Muss ich Autokennzeichen verpixeln, blurren, unkenntlichen machen, wie auch immer du es nennst? Falls du dir diese Frage oder eine ähnliche stellst, dann bleib dran. Spoiler, noch geht es nicht vollautomatisch, aber hier wird dir geholfen. Hey, ich bin Jan und ich schneide von Berufs wegen schon täglich Videos und da kommt öfter mal die Frage auf, muss ich Kennzeichen verpixeln oder unkenntlich machen? Bei menschlichen Gesichtern ist es klar, aber bei Autokennzeichen, gute Frage. Falls du Videos in der Öffentlichkeit drehst, unterstützt vor der Kamera oder dahinter oder alleine oder wie auch immer und es kommen fahrende Autos ins Bild oder parkende Autos stehen im Weg, was dann grundsätzlich, ich bin allerdings kein Jurist und es gibt immer noch keine eindeutige Rechtsprechung dazu, empfehle ich dir immer fremde Kennzeichen zu verpixeln. So geht es. Ich zeige dir ein konkretes Beispiel anhand von zwei Szenarien mit CapCut. Geht aber mit jedem anderen Schnittprogramm auch, also Final Cut, Premiere, Da Vinci und so weiter. Für dieses Beispiel nutze ich die kostenlose Version von CapCut und geht damit auch. Das heißt, du brauchst nicht gleich eine ProAbo. Szenario 1. In diesem Setting gehen wir davon aus, dass das Kennzeichen bzw. das Auto parkt oder nur langsam in Bewegung ist, zum Beispiel im Stau. An sich ist die Lösung simpel. Du brauchst einfach nur Keyframes. Das sind Markierungen innerhalb einer Videospur, an denen sich verschiedene Einstellungen wie Größe und Deckkraft setzen lassen. In diesem Fall setzt du den ersten Keyframe dort, wo das Kennzeichen zum ersten Mal ins Bild kommt. Dann machst du einen weiteren Keyframe dort, wo das Kennzeichen aus dem Bild herausgeht. Falls ein, zwei Stellen nicht so passen, dann mach entweder den Balken größer oder du setzt an den Stellen, wo man das Kennzeichen sieht, erneut einen Keyframe und verschiebst deinen Balken. Das sollte an sich recht schnell gehen und sieht dann so aus. Szenario 2. In diesem Setting gehen wir davon aus, dass das Kennzeichen bzw. das Auto auf der Straße fährt und damit quasi konstant in Bewegung ist. Gilt allerdings auch, wenn du selbst in Bewegung bist und die Autos feststehen, zum Beispiel auf einer Messe, Autoshow, öffentlicher Parkplatz usw. Einfach gesagt ist das Vorgehen bei beiden Szenarien gleich. Nur hier bei Szenario 2 eben ein bisschen aufwendiger. So wie eben, vorne Keyframe setzen, dann den Balken darüber schieben oder ein Smiley, ein Emoji oder eine sonstige Grafik oder whatever. Dann hinten den Keyframe setzen und darüber schieben. Aufgrund der Bewegung ist es nun sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es gleich sauber vorne bis hinten passt. Siehe hier. Deshalb willst du dann wieder die Stellen, an denen das Kennzeichen sichtbar ist. Setz dort eine Keyframe und verschiebst deinen Balken so, dass es wieder passt. Bei diesem Szenario musst du das höchstwahrscheinlich ziemlich oft machen, aber so gehst du eben auf Nummer sicher. Wenn du dann fertig bist, sieht das Ganze so aus. Schon besser, oder? Du siehst also, es ist jetzt kein Hexenwerk, ein Auto gezeigt zu verpixeln oder Nummernschilder zu verbergen oder wie auch immer. Das, was du als Überlagerung nutzt, also sprich jetzt ein Emoji oder ein Balken oder ein Foto oder wie auch immer, spielt an sich keine Rolle, für die Software sowieso nicht. Mit menschlichen Gesichtern geht es übrigens so, beziehungsweise so. Du wirst es schon finden. Alles klar soweit? Oder hast du noch Fragen zum Thema Autokennzeichen über Pixeln? Dann poste gerne was in die Kommentare oder schreibe mir eine Mail. Bis zum nächsten Video.